Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von NICHT, da war jetzt ein letzter Schluss. Dieses Mal geht es erneut um drei kleine Helfer. Das ist eine Idee, die von einem Mastodon-Nutzer oder was bei YouTube in dem Community-Bereich kam. Die Frage war dabei, wie wurde ein Paket installiert? Kommt es über APT, über Snap oder über Flatpak in mein System rein? Und da es insgesamt drei Sachen sind, passt das ja super mit den drei kleinen Helfern. Werfen wir zuerst einen Blick auf APT, das Advanced Packaging Tool. Das ist das native Paketverwaltungssystem bei Debian und Derivaten und ja auch Ubuntu oder Linux Mint und was es sonst noch so alles gibt, was da drauf basiert. Im Grunde genommen kümmern sich diese Paketverwaltungssysteme super, hatten wir ja auch schon in einem anderen Video vor, je nachdem wann das herauskommt, also vor ein paar Wochen, um das Runterladen von Softwarepaketen, das Auflösen von Abhängigkeiten und die Installation, Deinstallation, das Aktualisieren von Software. Das nimmt euch eine ganze Menge Arbeit ab. Dann gibt es neben APT ein weiteres Paketverwaltungssystem, was DPKG heißt, was quasi so auf unterer Ebene ist. Also DPKG kümmert sich um einzelne Paketdateien und kann auf die interne Datenbank zugreifen, um Informationen auszulesen, kann aber selbst keine Abhängigkeiten auflösen. Also üblicherweise habt ihr es mit APT zu tun und nicht direkt mit DPKG. Wenn wir herausfinden möchten, ob jetzt ein Paket mit APT bzw. mit DPKG über den nativen Paketmanager installiert wurde, können wir es zum Beispiel so machen, mit APT List bekommen wir eine Liste mit allen Paketen, die installiert sind. Und durch dieses Pipe-Symbol geben wir diese komplette Liste mit den Paketen weiter an das nächste Kommando, an grep und grep filtert Zeilen raus, in denen eine Zeichenkette vorkommt. Zum Beispiel der Name des Paketes, also da schreibt ihr natürlich nicht Paket hin, sondern wenn ihr jetzt nach KDN Live zum Beispiel suchen möchtet, ob das installiert ist, würdet ihr statt Paket natürlich KDN Live hinschreiben. Und durch das Dach hier am Anfang sagen wir grep auch noch, dass KDN Live oder wie auch immer das Paket heißt, dass dieser Text am Anfang stehen soll. Damit sorgen wir dafür, dass wir auch wirklich das Paket rauskriegen, was wir haben wollen und nicht sowas rausbekommen wie Icon Paket minus KDN Live. Also wir wollen wirklich bloß das rauskriegen, was mit KDN Live anfängt. Ähnlich kann man das Ganze auch mit DPKG machen. Da gibt es Minus, Minus Get, Minus Selections. Da bekommen wir eine ziemlich umfangreiche Liste und da stehen auch Pakete drin, die nicht mehr vorhanden sind, also die deinstalliert, deinstall haben. Und damit wir wirklich bloß installierte Pakete haben, sagen wir einmal hier, wir möchten nur Zeilen, wo Install drin vorkommt. Und mit dem nächsten grep, mit dem Minus V sagen wir, wir möchten nicht Zeilen haben, wo deinstall drin steht und das hier ist wieder genauso wie vorher. Also zwei Methoden, wie man das rauskriegt, ob ein Paket nativ über apt bzw. DPKG installiert wurde. Wenn wir rausfinden möchten, ob ein Paket über Snap installiert wurde, dann können wir das über Snap List und das bereits Bekannte machen. Wenn ihr rausfinden möchtet, was sich hinter diesen Links hier, diesen blauen Dingern, also wie hier Snap sich befindet, dann könnt ihr auf die Folien draufgehen, die hier unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Und das ist sowieso immer ganz praktisch, die Folien nochmal zu haben, um da durchzublättern, damit ihr nochmal die Informationen schnell durchblättern könnt, damit ihr nicht nochmal das Video gucken müsst. Wobei ihr es natürlich auch gerne nochmal gucken dürft, aber zum Kopieren und Einfügen sind die Folien halt deutlich praktischer als so ein Video, wo man es abtippen muss. Insgesamt zu dem Snap Format kann man sagen, naja, das ist, also ich finde es jetzt keine besonders gute Idee, denn es steht unter der Kontrolle von Canonical, also unter dem Hersteller von Ubuntu, der Firma dahinter. Die ist ja so ein bisschen bekannt für, ja, so Alleingänge, die für das ganze Linux Open Source Projekt so ein bisschen kontraproduktiv sind. Und es ist leider ein geschlossenes System. Dann haben wir auch noch Flatpack, das ist so ähnlich wie Snap funktioniert, von einer Art und Weise auch ähnlich. Da werden so Basispakete installiert, die neben euren eigentlichen Bibliotheken, die ihr schon im System habt, nochmal dasselbe in vielleicht anderen Versionen dazu installieren. Und die müssen natürlich durch Flatpack, beziehungsweise so bei Snap ist das genauso, müssen nochmal extra gepflegt werden, damit die Sicherheitslücken gefixt sind und so weiter und so fort. Und das Ganze läuft in einer Sandbox, auch so ähnlich wie Snap. Ja, es ist bloß so, also für euch hier ist es ähnlich, ein bisschen freier. Und der große Vorteil bei Flatpack ist, dass es nicht nur einen einzigen Hersteller gibt, der die Hand über diesem Repo hat, was alle quasi benutzen. Bei Flatpack gibt es zwar auch ein großes, das FlatHub, aber ihr könnt auch andere dazu nehmen, die noch daneben gepflegt werden von anderen Leuten. Also Flatpack ist ganz grob gesagt die freie Variante, die auch in sehr, sehr vielen Distributionen vorhanden ist, im Gegensatz zu Snap, wo ihr zusätzliche Software bekommt. Doch jetzt nochmal zurück zur eigentlichen Frage, wie kriege ich jetzt raus, ob ein Paket mit Flatpack installiert wurde. Das machen wir über Flatpack List und wenden auch wieder den Filter da drauf an. So bekommt ihr insgesamt raus, ob ein Paket, dessen Namen ihr kennt, mit APT, mit Snap oder mit Flatpack installiert wurde. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen. Vielleicht Informationen, die ihr jetzt gerade aktuell nicht unbedingt braucht, sind drin vorgekommen. Aber im Falle eines Falles erinnert ihr euch vielleicht an dieses Video und guckt es dann nochmal oder blättert schnell durch die Folien. Ansonsten natürlich gerne nachmachen, guckt einfach mal nach, wie ein Paket auf euer System draufgekommen ist oder lasst es bleiben, wenn ihr es eh schon wisst oder es euch einfach egal ist. Aber natürlich abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.